Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu INSIDE 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 NICHT BEWEGEN OH GOTT HEY WAS Ich dachte nicht bewegen wäre gut 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Jetzt! Lauf! Fuck! Das sind wieder so komische... Oh Gott der Hund! Oh MAMAMAMO Oh nein! Oh weil ich gewartet habe! Scheiße! Ich werde richtig sauer! Fuck ey! Okay! Los! Renn! Nein! Er kriegt uns da! Er kriegt uns definitiv da! Vielleicht... Ja! 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 Werden diese Menschen in so willenlose Sklaven verwandelt? Kann das sein? Kann das sein? Na komm! Werden wir doch brauchen hier! Das sehe ich doch schon! Genau! Na super! Ach jetzt habe ich scheiße gebaut! Weil ich muss da hinten absteigen! Huchala! Nehme ich zurück! So! Weil jetzt kann ich das da drauf schieben und dann kann ich da nämlich auch wieder aufsteigen! Vom Hund grabt es gerade einen großen Säufzer! Er hat vorhin ein Rinderohr gekriegt und ist ein bisschen traurig, dass er nicht mehr gekriegt hat! Aber durch die Kiefer-OP ist das mit ihm... Dann passe ich da ein bisschen auf, dass er nicht mehr allzu... ...viel hartes Zeug kriegt! Ja, das war mir bewusst! Nein! Tot! Definitiv tot! Klar! Ah! Okay, hier könnte ich jetzt ein bisschen feststecken! Warte mal! Oh! Warte mal! Oh! Warte mal! Oh! 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 Gucken wir mal eine an. Und nun? Was habe ich jetzt davon? Nein! Nicht beide! Nein! Scheiße! Ah! Ah! Moment! Na, warte da! Halt dich ja fest, ey! Ja, nun? Jetzt wieder dran? Aber das hilft mir ja jetzt nicht. Ja, naja! Hab ich ja jetzt... Ich bin jetzt ein bisschen überfragt Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll Das ist jetzt mein Dilemma Soll ich vielleicht da oben draufsteigen? Ja, natürlich Klar, oh mein Gott Jetzt, seht ihr, das war jetzt etwas, was vielleicht für andere sehr logisch aussah, aber für mich nicht Ich bin jetzt Ah Nein Nein Ich mach bestimmt gerade völlig schrecklichen Geräusche Ach, das wird ganz knapp Das wusste ich, ach ja, er hat es ja mit Sicherheit gesehen Äh, ich komm hier nicht raus Vielleicht darunter her schwimmen Nö Okay, ich krieg keine Luft Vielleicht etwas hier finden Was für, ach Was für, ach Sieht doch schon mal sehr gut aus Ja 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 Ich beile mich ja schon Ich beile mich ja schon Ich habe vor diesen Hunden voll Schiss Okay Ah, ja, 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 ich weiß es. Das nehmen wir jetzt nämlich mit. Schieben das zwischen das Tor. Zwischen dem offenen Tor. Damit das Tor nämlich nicht mehr zugehen kann. Dann drücken wir wieder auf den Knopf, damit das Wasser voll läuft. Also voll läuft. Und wenn es das getan hat, dann flutet das nämlich das auch da drinnen. Und dann können wir ans Fenster schwimmen. Okay, das funktioniert doch nicht so, wie ich das wollte. Wie soll es denn sonst funktionieren? Okay, dann weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Wieder einmal. Es kann ja nur das sein, oder? Es kann nur so sein. Ah, warte mal. Der da unten, der geht auch auf. Ach, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ah, nee, hier, guck mal. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hier stehen bleiben. Ich glaube, ich muss andersrum drehen. Nee. Ich muss ja mal aufpassen. Ah, ich hasse sowas. Aber mein Ehrgeiz ist geweckt. Ich will das jetzt schaffen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh Gott. Oh, das war sehr knapp. Oh, das war so knapp. Oh, nee. Oh, nee. Ich weiß gar nicht, muss ich da jetzt reinspringen, oder? Was wird jetzt von mir verlangt? Dass ich da rüberspringe, glaube ich. Ich will ja nicht in den Käfig rein. Das macht ja gar keinen Sinn. Na, es geht nicht mehr. Jetzt muss ich nochmal warten. Ach, mich juckt es jetzt schon wieder. Scheiße, jedes Mal, wenn es spannend wird, juckt es mich. Okay, ja, los. Ich weiß, ich weiß zwar nicht, wie das gedacht ist, aber okay, so. Ich muss warten. Oh, nee. Knappe scheiße, ey. Anscheinend muss ich da runter. In den Tiefen des Abgrunds ey. Oh mein Gott, das sind Hunde schon wieder. Boah, die fressen sich da satt und die haben uns, oder? Ich glaub, die haben uns entdeckt, die haben uns entdeckt, scheiße! Oh, er hat uns, er hat uns, er hat uns. Nein! Was war los? Wie kann ich denn zu langsam sein bei sowas? Jetzt sei es sogar noch langsamer. Oh, das ist ja ekelhaft. Okay, wenn das Vieh wieder kommt, springe ich wieder ins Wasser zurück. Ich weiß, dass Hunde schwimmen können, aber... Um... Ich bin ertrunken. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Fuck mich gerade so derbe ab. Ich kann nicht, ich bin nicht so schnell. Ich weiß nicht, was ich machen kann, dass das Vieh mich nicht kriegt. Ist hier unter Wasser vielleicht irgendetwas, was mir helfen könnte? Nee. Ertrinken tut das Kind auch sehr schnell. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Sache ist... Ja, er hat mich sofort. Er hat mich sofort... Da kann jetzt auch nicht Glück sein oder so. das ist so knapp so knapp ich weiß nicht wie ich muss ich muss überlegen ich überlege mal kurz und wir sehen uns gleich okay ich habe jetzt die ganze zeit ausprobiert es geht gar nicht anders ich werde jetzt versuchen den hund noch mal irgendwie ins wasser zu kriegen ich habe vorhin etwas versucht genau so habe ich das und dann bin ich aber zu nah ran geschwommen genau und jetzt einfach runter und jetzt einfach schnell raus hier wo das wird knapp wieder aber es hat funktionen auch das geht doch nicht das ist nicht wahr so schnell wieder hoch und das nächste brett rennen 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 und schnell wieder scheiße die sind so stark die waren nicht nah genug am tor jetzt sind sie schlauer geworden das glaube ich ja wohl nicht ich glaube das dingens macht nicht mehr lange nein anstatt er einfach so eine latte nimmt und das dauert mir viel zu lange eigentlich ist das ding kaputt ich weiß es Oh, war das knapp, ey. Oh, fuck. Nein! Ich fang gleich an zu heulen. Jetzt geh langsam die Treppe runter. Wieso sind eigentlich bei manchen Treppen solche Ringe dran? Das würde mich echt mal interessieren. Oh, ich hasse diese Hunde. Ich bin auch eigentlich nicht für Gewalt gegen Tiere, aber da hätte ich schon längst eine Latte genommen und so ein Vieh verprügelt. Was ist das denn? Oh je. Ich schätze mal, wir sollen da bestimmt rein. Ach ja. Er springt ja erstmal drauf. Ich weiß nicht, was das ist hier. Okay, wir müssen ganz nach unten. Ich dachte, man kann da in die runde Öffnung rein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss weiter nach unten. Ich muss weiter nach unten. Das ist gerade irre laut auf dem Ohr. Zumindest kommen hier keine Hunde. Oh ja, falsch. Oh, schön zu sein. Ach mein Gott. Okay. Okay. Er will immer nach da oben hin. Können wir das jetzt mal endlich hier... Okay. Es geht nicht kaputt. Oh. Ja, das schaffe ich doch nicht. Nein. Aber Leute, ich muss eh Schluss machen und sag erstmal, tschüss bis zum nächsten Mal. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein.